Willkommen zurück. So, wir suchen immer noch Videokassettin oder eine Kassette für unseren Freund Pickles. Hieß der so Pickles? Keine Ahnung. Tö. Wird der richtige Film mit dabei sein? Wird der richtige? Hmhmhm. Oh, desto richtiges Meinung habe ich dazu gar nicht. Sie geben halt die Hoffnung, dass es mehr gibt. Ja. Nebenuiert bist du um die Charaktere, die du auch wieder liebst. Das ist warum ich sie nicht liebe. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we used to. Maybe because the guys are European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. It doesn't pay the bills though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies. There is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But, we're still missing our tape. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called me, sire. But, here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights! Camera! Action! Trap! 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 I need a hand over here! Do you need assistance? I'll torture them! Okay, I haven't done that. I'll shoot a gun right here! Damn it! I'll try! I'll shoot that gun! No! Not locked! No! Heet! To me, I'll shoot that gun! Ugh! No! No! Das ist ja nicht verrückt und spult es zurück. Wir können trotzdem gucken, ob jetzt hier irgendwas Verdächtiges rumliegt. Wo ist er denn hin? Ja, denn normalerweise könntest du den Computer benutzen und mir das sagen. Wer wird das alles bezahlen? Adresse verborgen. Zuletzt geliehen klebrig und süße Schnitten, Geschwinde verweht, die Rache des Süßmauls und glorreichen Spelunken. Zuletzt geliehen verlassen Highway an Hannover, Peter Summers, im Land der Drachen, Kybers Arena, länger, schneller, härter, allein mit Teenager in Portal Combat. Nicht schlecht. Okay, Wiesen der Verwüstung. Versteck dich oder stirb, Kybers Arena 2, der Tod wartet. Verloren in der Kanalisation 3, stirb schnell 2, der Tod lauert. Gründe, Gurken und Süßkram, Geschwinde verweht, die Rache des Banjos in glorreichen Spelunken, Jade Street 3 CM. Legenden von Dorendal, Kybers Arena, Todestraum 2, Fingerloos 2, der Tod lauert 3, inmitten aller Mühen, Killerkatzen krallen, die unbestimmte KI, all die Zeitspringer, versteck dich oder stirb, Kybers Arena 2, der Tod wartet. Okay. Tschüss. Wo kommt denn die Mucke überhaupt her? No! Not least für euch Quem? It's not theirying. I don't care if OCP lost some money for once. so da gehen wir jetzt nicht rein vor allem warum ritt er denn weg der w ist doch dass wir robocop sind ach hier tor 1 2 oder 3 wurde kürzlich geöffnet jetzt können wir die anderen gar nicht mehr scannen alles klar der arsch dafür habe ich mich nicht gemeldet sie werden mehr verbrauchen wenn sie mich anlügen sie haben größte probleme ihr will need even more help for lying to me shit uh i don't even know if you're joking or not i fucked up i know and i get that you're on a mission to save my life for something with all that great advice of yours it takes courage sorry to disappoint you dad but i'm lacking in that department there's just one thing that i need right now which is all i need right now is a fix so let me keep the money you won't hear me asking about anything else are you asking a police officer to leave you with money from luke distribution i know you're a police officer first but can't you be a friend this one fucking time also ganz ehrlich als freund würde ich genau ich tue dies als freund dass es richtig geld nehmen damit er sich halt nicht weiter drogen kaufen kann ich bin nicht als freundet als freundet als freundet als freundet als freundet als freundet als ein kopf ja ich kann nicht das mit mir machen ich habe es einfach mach dich man ich habe das Geld fair und fair da bist bald fertig gekauft wieso was haben wir denn hier noch was ist das hier beides ich nehme an der paranoide landstreicher wird da hinten in der ecke seine das ist ernsthaft da fehlt mir jetzt erst auf ah they say we're in a record-breaking recession but people are throwing away things that still work oh this underwear looks almost no cool sehr gut ah screw delta city ocp is gonna throw us out of here to start construction yeah let them try no need to rush they're just trying to depopulate our species you need my date now i'm sure you're no ordinary where did you go you little good day citizen good day citizen a rightful citizen of earth to be precise aliens are swarming and killing us and the police are not doing anything about it we're all doomed we're all doomed an accident happened here recently it involved a motorcycle i saw it with my own eyes i've recorded the whole thing in my research notes so i wouldn't get mixed up see there are so many conspiracies happening in this city the only trouble is those notes are locked inside my residence and i can't seem to get the door open would you mind helping me with it what what was stand da eben to dem vertrauen der wat it's one right over there i think if you give them doors enough of a pool they'll open be gentle with it i put a lot of blood sweat and alien tears into that penthouse ha that's it now let's have a look hm 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 i remember now that biker wasn't even trying to hide his alien heritage his body had tattoos from a parlor nearby and one of them looked rather fresh now i know where to go next thank you for your cooperation you're going already hmm i've got more information about alien shenanigans if you can hear hmm okay let's go through why do you suspect the future of his alien he looked really mean he had a horn and that together with his chunky body covered in tattoos made him look like some kind of hellish narwhal if you read my newsletter number 28 you'd know that all sea creatures are otherworldly that is why i don't eat sweet corn how can you tell that the tattoo design matched the ones from the parlor i've noticed that lots of aliens like to mark themselves with specific signs from that shop so they can be easily recognized by their kin i went there many times pretending to be window shopping but i've managed to copy all their secret symbols and that biker's tattoo was one of them the skin around it was pretty red so i'm sure it must have been done very recently can you tell me about other matters besetting the town sure can do for starters cats are aliens too one of them can predict lottery numbers he can be found near the gas station and there's this woman who feeds all the stray cats she must be one of the higher ups in the alien hierarchy also i've heard smallians use the vhs store to hide treasure and last but not least i've heard that some of them are planning to take over the courthouse i'm sure you would never allow for that extraterrestrial scum to judge us i have what i need stay safe citizen you're off to the tattoo shop just make sure not to get inked those designs are very alluring when they start talking to you just cover your ears and start singing it really helps alter okay i thought we would look at the other things with the cat and so that would be cool if they would really have a lottozana sabbler i would hear that already i wanted to get here i want to look right to the cat would be sure as a cat gebäude gucken und irgendwas verdächtiges ist ein gutes zu da werden wir nicht weiter reinkommen oder ist das das gerichtsgebäude ich habe doch keine ahnung kiefer und partie zur geltung bringen das verstößt gegen den verhaltenskodex ich trage genug namen dann vielleicht finden wir was cooles mh 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 mm mh 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 Hey? Ach, immer noch durchsuchen. Okay, ach da hinten. Ich habe eine Beziehung mit der Biker-Gang gefunden. Ich sage dir nichts, Cobb. Spike und die Strecke-Vultures gehen. Es ist deine Wahl, wenn du sie möchtest. Ah, verdammt. Ich sagte ihm nicht zu kommen hier, wenn er so heiß ist. Er hat das selbst gebracht. Wo ist er? Er hat ein Platz nahe, aber ich weiß nicht, wo genau. Ich habe Angst, dass diese Information zu vage ist. Sein Motorzeug muss außerhalb geparkt werden. Es ist eine Art Chopper, ich weiß nicht. Du kannst die Plattnummer auf dieser Foto checken. Wieso ist die Wahl für einen Skum-Artist? Ich kann mich nicht mit all diesen Reflexionen aus der Armour konzentrieren. Gut, dann geht es hier das nächste Mal weiter. Spitze. Ich bedanke mich. Bis dann. Ziel nahe. G kernel gut.